Kann ich einen Beamten verklagen, damit dieser Rentenbeiträge in die gesetzliche Rentenkasse einzahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine ganz kuriose Frage, die ich kürzlich aus dem Internet bekommen habe. Und zwar eine Frau F. hat uns mitgeteilt, dass die Beamten seit 2002 geklagt haben, dass sie Steuern zahlen und die Rentner nicht. Und deshalb müssen jetzige Rentner Steuern zahlen. Dürfen die Rentner dann klagen, dass Beamte nie einen Pfennig, Schrägstrich Cent, in die Rentenkasse gezahlt haben und trotzdem hohe Pensionen kassieren? Also es geht im Grundsatz ihnen ja darum, dass ein Teil der Beamten, ich sage es wirklich nur ein Teil der Beamten, das ist wahrscheinlich der größte Teil in Deutschland, in der Altersversorgung privilegiert ist. Also sie kriegen höhere Pensionen, als sie normal gesetzliche Renten bekommen würden, wenn sie in der gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen würden. Und im Grundsatz ist es ja so, die Beamten arbeiten, und da sind wir uns alle einig, nicht besser als Sie und ich, sondern die machen auch ihren Job und Feierabend. Und deshalb ist es verständlich, dass sie sagen, das ist eine Ungleichbehandlung. Und deshalb Ihre Frage, ob es Sinn macht, gegen einen Beamten zu klagen, damit dieser in die Rentenkasse einzahlt. Und da sage ich, das geht nicht. Da haben Sie gar keinen Rechtsanspruch drauf, denn der Gesetzgeber hat sich hier für ein zweigeteiltes System in Deutschland entschieden. Und er hat dieses Berufsbeamtentum, was auch im Grundgesetz geregelt ist, eingeführt und hat auch dafür gesorgt, dass der Beamte ohne eigene Beitragszahlung Anspruch auf eine sogenannte Alimentierung im Pensionsfall hat. Das heißt also, der bekommt Geld für etwas, für das er nicht eingezahlt hat im Alter, als Vorsorgeleistung oder als Altersversorgung, eine sogenannte Pensionsleistung. Und das ist eine Systementscheidung, die der Gesetzgeber bewusst vor vielen Jahren getroffen hat und im Unterschied dazu aber auch eine Systementscheidung getroffen hat, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die keine Beamten sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Der Beamte muss in der Ansparphase zur gesetzlichen, also zur Pension, nichts aus seinem Einkommen bezahlen. Im Gegensatz dazu, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Ansparphase Beiträge aus ihrem Bruttoeinkommen in die gesetzliche Rentenkasse abführen. Dass Sie deswegen klagen wollen, ist verständlich, aber Sie haben keine Rechtsbeschwer. Das heißt also, Sie können jetzt nicht sagen, das ist eine Ungleichbehandlung. Das ist auch eine gefühlte Ungleichbehandlung, aber Sie können deswegen nicht vor Gericht klagen. Da werden Sie also keine Aussicht auf Erfolg haben. Eines ist klar, und das wissen wir alle, und die Forderungen hören ja nicht auf, sondern die Stimmen werden immer lauter, dass das Berufsbeamtentum für eine ganz bestimmte Gruppe von Beamten auf jeden Fall abgeschafft werden soll und dass diese Beamten im ähnlichen Modell wie Österreich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und dann entsprechende Ansprüche erwerben. Ich hatte es gesagt, die allgemeine Diskussion hat Fahrt aufgenommen. Die Politik wird unter Druck gesetzt und wir können nur hoffen, dass sich in der Zukunft jetzt was tut. Aber Sie selber als Einzelperson haben keinen Rechtsanspruch auf eine solche Änderung der gesetzlichen Lage. Das können nur Parteien im Bundestag als Gesetzgeber mit einem normalen Gesetzgebungsverfahren beschließen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel